Hallo! 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 Servus Leute! Servus Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video! Wir fahren gerade zu unserem Opa und Oma. Und Hirats fährt uns gerade. Unser Onkel hat uns abgeholt. Hallo! Unser Onkel Hirats hat uns gerade eben abgeholt. Und wir fahren jetzt zum Hiratshaus und von meinem Obersthaus. Da sind meine Cousinen und so. Und wir gucken dann da Fernsehen und keine Ahnung. Und da sind viele Sachen und so. Zocken, zocken, zocken. Ja, Freunde, das passiert, wenn die Kids aufnehmen. Und Leute, der Ace ist auch. Ja, Ace, komm mal her! Guck mal her! Wie geht's dir? Hä? Nein! Was nein? Was nein? Erinnert sich jemand, wer das ist, Leute? Oh, Leute, er hat meine Kamera voll geworzen. Check, Ace, check! Na! Hallo! Ich bin ja, Ich bin ja, Schau! lecker ich bin so krank so erkältet mein hals tut so extrem weh ich esse jetzt erst mal was und wir sehen uns gleich wieder yo leute wir haben jetzt 20 uhr ich bin immer noch krank freunde meine stimme wundert euch nicht ich habe meine schwester aus zelle abgeholt leute ich habe sie überrascht sie wusste nicht dass ich komme haben jetzt hier zu uns nach hause geholt die kinder haben sich aber am meisten gefreut gehabt da hier die ganzen anderen kids sind jetzt spielen sie halt immer zusammen barbus und effe sind jetzt halt auch noch hierhin gekommen wir fahren gleich noch ein bisschen raus und ich nehme euch mal ein bisschen mit und leute meine schwester sagt so heute so zu mir er hat was trinkst du zurzeit die ganze zeit dann ist ja so ein tee dann die sagt ja das ist ein tee fürs abnehmen alter kriegt man dünnsches und ich dachte mir schon warum habe ich die ganzen sagen schon tun wir sind das jetzt ja so wie sein soll ja so wie sein soll ja so wie sein soll weil ich trotzdem verhe millimeter die ganze Zeit und dann können wir mal einigen Untertitelung des ZDF für funk, 2017